Der Sturm wird stärker. 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 Geschafft. Das war knapp. Ein wackeliger Turm weniger? Auf zum nächsten. Tja, hier geht's wohl nur nach oben. Das sind anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ich weck dir, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Super. Noch mehr Maschinen. Untertitelung des ZDF-Böcke Untertitelung des ZDF-Böcke Der Sturm ist gespricht. Ah! Ah! Ha! Ah! Ah! Okay. Jetzt bin ich hier ungestört. Okay. die steuerkonsole könnte da drin sein okay zeit die maschinen da unten zu zerlegen das shuttle hängt in den seilen ich muss auf den turm klettern um sie irgendwie zu lösen ein scan von einem kurs könnte helfen Oh, come on. Das war's für heute. 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 Okay, das Quatschen klingt echt gut. Ich muss die Kabel schnell trennen. Das war's für heute. Das sollte die richtige Stelle sein. Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Wenn ich drauf schieße, geht sie kaputt. Eins weniger. Ich muss die Kabel lösen. Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und offenbarten Kellermaschinen. Ich leite den Ball rechts. Aber es gibt kein Zurück mehr. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.